Hallöchen, Bubbücher, liebe Freunde. Hier ist MacGyver aus Foxy's A-Team. Ich spiele heute Homescape. Es ist eine kostenlose App für Tablet, Handy, wie auch immer. Was ist ein Video wohl jetzt? Ich weiß noch nicht genau, was das für ein Spiel ist. Ich habe da mal Werbung von gesehen. Dass man da, wo man was bauen muss, oder... Schönes Bild, schönes Bild. Gucke euch den an. Ein wunderschönes Haus. Ja, wunderbar. Sieht ja toll aus. Ach ja, findest du. Ich bin jetzt so viel eng. Hoppla, ist der gestaltet. Oh Mann. Mutter, Vater, ich bin zuhause. Auf mal die Wesen. Ich falle ein. Wunderbar. Er will seinen Eltern überraschen. Laden. Erziele drei Übereinstimmungen, in denen du Nachbarn spielst. Mach ich aber mal ne. Achso. Mach nur das. Das ist ja easy. Guck euch das an. Hab ich das Teil gemacht? Da, guck mal, gibt mir so ein Tipps. Hast du dir das gesehen? Zeig auf mal. Da, wie gemeißelt. Mann, bin ich toll. 50 Sterne. Gut gemacht. Dankeschön. Danke. Teppich zum Fahrt fahren. Machen wir. Natürlich. Yeah. Was muss ich jetzt hier tun? Neue Aufgabe. Teppich ersetzen. Das machen wir doch mal. Okay. Ein Stern. Los. Ich hab mir den Stern ausgegeben. Wirklich. Welchen nehme ich denn? Die grüne, roten oder ich nehm den blauen. So. Dann nehme ich den, na den. Den blauen. Der sieht gut aus. Rolle, Rolle. Du hast das. Ein bisschen lauter gemacht. Mal ein bisschen Musik angemacht. Tate kommt auf. Gib deinen Namen ein. ... mag... ... gi... wer... Okay... Schön, dich kennst du den MacGyver. Ich hab jetzt jetzt noch viel vorbereitet... Ja, ich weiß, hat man das nicht. Das könnte ein wenig staubig sein, na wunder. Guckt euch mal an. Oha, uff, was für ne Staubfolge. Keine Sorge, äh, 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 das macht er. Okay. Ich habe aber keinen Stern. Jetzt spielen, ich muss das jetzt spielen. Nein, ich muss das spielen. Oh, das kann nicht wahr sein, ich mag die Spiele. Ja, ja. Was? Ich höre, du hast Raketen-Power. Teutel mit den nachfragen, die Spiele auch mal zu Ende. Aha. Du kannst Power-ups auch sprengen, indem du... Jetzt muss ich alle alles selber machen, das will ich gar nicht. Ich werde beendet dieses Level. Okay. Machen wir. Am besten brauche ich also die Bücher und die Tassen. Irgendwann ist ganz leicht. Also hat das eine Waffe am liebsten. Ja. Leine, bemüste schon was machen. Du bist ja immer. Wie sieht das? Musik Die Tassen habe ich schonmal Ich brauche aber auch die scheiß Knöpfe Äh die Bücher Hm Wolle ich die Bücher dann mal runter Hilf mir noch nicht sehr viel weiter So wir fahren nach die Bücher Die Bücher kommen gleich schon runter Und durchzutritt Und da wird gemeistert Jappah Hihaaa Habe ich den Zugrass Ja ich guck dir mal Den Fortschrack anketten Die Mütze haben bestimmt auch noch eine Bedeutung oder? Und los Und ich feg 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 Ja ausgeräumt Mein Anzug hinter auch Ups Der Sessel Der Sessel Oh das ist aber eine Feder Ja Lass ihn ran und los Spiele das Level Der Sessel Achso Daaaah Das ist eine Bombenpower Mal sehen was Das ist einstellt Ui Sehr schön Bauen wir jetzt gut Oh das ist ein Spitz Ne Du meint Warum spielst du das? Ich dachte das ist ein Spitzspitzspiel Ne Ne Ja die Pizzspiel müsste ja auch mal wieder rein Ne Din 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 Oh die grünen Tassen brauche ich Und die gelben Lampen Tassen Wie auch immer Die Lampen So Dann mache ich auch mal das hier Ja Die Gründetasse runter Du kennst das alles ne Ich weiß Das ist schwer Das ist schwer? Ja Ich habe schon mal grüne Tassen So Das ist mal gelb Das sind die grüne Tassen runter Ich muss sich also konzertieren Dass ich jetzt die anderen Sachen brauche Und nicht mehr Hier Und die gelben Tassen habe ich jetzt noch mal So Dann habe ich auch Hier sind mal die grüne Tassen Hier machen wir zwei Und dann mache ich die Bombe einmal Spann Da habe ich schon mal eine Und dann hier Und das war's So Ja Ich mache ein Video Was haben wir denn da? Sag Hallo Okay Sie sagt nicht Hallo Ich habe ich noch Platz Nicht weil ich mit dir arbeiten will Ich habe alles Ich habe alles Welches nehme ich denn? Das gelbe Das rote Und das blaue Was nehme ich? Der sieht doch toll aus Die ist nicht mehr rot Der sieht doch toll aus Die ist nicht mehr rot Und los Und wieder spielen Und wieder spielen 25 Knöpfe Und diesmal habe ich wieder irgendwie Raketen angedrehen Wirklich Wirklich Und wieder geht er mit Hier runter Mal gucken was passiert Wenn das war's Also ein kleines Teil Und dann habe ich mal einen Knopf Sehr witzig Guck mal die Raketen Die geben mir auf jeden Fall einen Knopf Sehr toll Was sind das? Soll ich die Steine sein? Was sind das? Soll ich die Steine sein? Ah, dafür sind die Bomben dann. Guck mal, ich mach das doch gleich, Leute. Ehrlich. Das wüsste. Guck mal, ich hab das nicht gemacht, aber ich springe mit Gas und den hab ich. Genau. Ich hab's alle. Jaaaaaa, dann ist die Meister! noch ein paar Zusatzpunkte hier gib mal die Punkte genau jawohl wunderbar gibt es noch zulässiges Geld ich weiß nicht immer woher und auch über heute Leute 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 und los das das oder das da gefällt mir das Bücherregal so gut wieder neue Aufgabe Wettbewerb so liebe Freunde damit verabschiede ich mich hoffentlich vielleicht gefällt euch das Spiel 20 mal du hast in jedes Level nur oh ich hab nur 20 Zügen seht ihr das war ja einfach das Level mach ich noch für euch aber man muss ja echt ein bisschen gucken weil ich nur zwei Züge hab hier äh 16 Züge ich muss ja echt ein bisschen aufpassen hm das schmeckt auch nicht schwer ich hab den Zug gemacht das war nicht so ein feiner Zug aber ich könnte jetzt den zinken und dann kann ich das hier machen dann kann ich das hier machen dann kann ich das hier machen dann kann ich noch das machen dann hau ich den noch weg mit den den 10 jahre ich bin ich Der ist schon. Da mach ich lieber einmal das. Dann hab ich das noch. Und auch Tassen. Dann hab ich hier einmal drei. Dann hab ich hier. Und ich hab's geschafft. So vieles Geld war das. Guck mal, er setzt die Schränke, 0, da müsste ich jetzt noch mal spielen und damit verabschiede ich mich erstmal, liebe Freunde, bis zum nächsten Mal, euer Mick Albers, Faxi-Safi, bis dann, und immer dann, wir sind nicht fix, nein, wir sind die Faxiis.